Herzlich Willkommen bei Sonnenschutz Meisel, vormals Sonnenschutz Hoffmann. Wir streben nach Qualität in allem, was wir machen. Von der Auswahl der Lieferpartner über die ausführliche Beratung und Planung bis hin zur professionellen Montage beim Kunden. Die individuelle Lösung jedes einzelnen Kundenwunsches steht dabei im Vordergrund. Unser Ziel ist es immer, die Kundenerwartungen zu übertreffen bzw. den Kunden zu begeistern. Durch die langjährige Erfahrung sind wir in der Lage, auf entsprechendes Know-how zurückzugreifen und ein breites Sortiment an Sonnenschutzprodukten anzubieten. Im hochmodernen Schauraum finden Sie Terrassenüberdachungen, Wintergartenbeschattungen, Markisen, Jalousien, Sonnenschirme, Sonnensegel, Raffstoren, Rollläden, Insektenschutzprodukte, Innenbeschattungssysteme und mehr. Passend dazu bieten wir Ihnen diverse Steuerungssysteme, damit Sie Ihren Sonnenschutz auch gemütlich vom Smartphone oder iPad bedienen können. Sonnenschutz Meisel findet gemeinsam mit Ihnen die optimale Beschattungsvariante für Ihr Zuhause und freut sich auf Ihren Anruf unter der Nummer 027 34 41 90 oder Ihre E-Mail an office-at-sonnenschutz-meisel.at